Und damit wieder Flo und ich komme zu Plunderstorm, meine Piratenfreunde. Wäre cool, wenn sie das, also wenn sie es nicht fest im Spiel implizieren, zumindest nicht im Hauptgame, dass sie wenigstens hingehen und sagen, okay, wir machen das themenbasiert immer wieder mal. Jetzt sind die Piraten dran, beim nächsten Mal das Ägypten dran, dann sind Trolle dran, irgendwie sowas, keine Ahnung. Auch in verschiedenen Gebieten, das wäre lustig. Aber da könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Ganzen haltet. Entdecken wir jetzt hier endlich ein Geheimnis? Nein, wir sind einfach nur hier oben, wo man auch so hinkommt. Okay. Sorry, ich wollte euch nicht stören bei was auch immer ihr da macht. Okay, da ist aber auch kein Garnes und Nichts. So, mal gucken, wo wir uns jetzt wieder rausschmeißen. Ja, war natürlich klar, dass sie eben an der Mitte landet. Da sind zwei, die gelandet sind, auch nicht schlecht. Da sind zu viele, die gelandet sind. Dankeschön für ein veganes Spiel. Manche Fähigkeiten sind echt unnötig. Die gehört dazu. Okay, wir machen danach noch eine schnelle Runde, weil das ist ja bumm, 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 ja. Dein Schild trifft natürlich immer. Ja. Gehen wir direkt in die nächste Partie rein. Da habe ich ja gesagt, wenn ich so schnell rausfliege, dann machen wir direkt noch eine zweite hinterher. Aber das ist ja schon mehr als lächerlich gewesen. Das einzige, was ich mir immer wieder sagen muss, auch wenn es mich nervt, dann beim frühzeitigen Ableben. Ich mache das für die Rufstufen. Als ob man da nochmal extra draufklicken muss. Okay. Wie lange hält das? Ich bin da nicht dabei. Also wir machen das hauptsächlich für die Rufstufen, für den möglichen Erfolg und den, ähm... Das ist ja noch... Oh, ich dachte hierbei ist mal endlich ein Geheimnis. Nein, äh... Dafür mache ich das Ganze. Ich weiß, dass ich im PvP und so eigentlich so gut wie keine Chance habe. Wir haben jetzt, ich glaube, in der gesamten Zeit vielleicht zwei oder drei Leute mal umgepackt. Aber ansonsten keine Chance habe. Ansonsten keine Chance. Ich werde hier auf dem heran. Vereine! Als ob! Ah, echt jetzt? Oh Mann ey, ist das nervig Direkt einer vor Meine Nase Oh Mann ey Aber ich habe die EPs auch für bekommen Wir schlechten uns am Rand ein bisschen entlang Noch ist keine Zone in Sicht Da sind 8 Sekunden Da hinten war auch schon einer Da kommt jetzt einer auf mich zu gerannt Ja Kann ich auch Und ich bin aber schon wieder fast tot Weil deine Fähigkeit voll gehittet hat Und ich nicht mal annähernd So macht das Ganze aber dann wieder keinen Spaß Wenn das so debalanciert ist Danke Blizzard für nichts Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen Bis zur nächsten Partie Ciao Ciao